Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2 Es gab ein neues Update, ja, das Spiel lebt noch immer Es geht einfach nicht down Und was haben wir? Wir haben ein Super Hero Film Update Mit den neuen Gamma, Leute Mega nice, man kann sich jetzt free to play Von, ihr seht es hier rechts oben 9.11. bis 15.11. nur, anscheinend Diesen Gamma 1 hier versuchen zu besiegen Ich hab ein bisschen Schiss Ich denke, das wird ein bisschen schwer Mal gucken, wie es so läuft Ich hab auf jeden Fall mega Bock drauf, das Ganze zu spielen Ich würde sagen, wir suchen mal ein Spiel Hoffentlich finden wir jemanden und versuchen Gamma zu verhauen Das ist, wie gesagt, das Kostenlose Es gibt auch ein kostenpflichtiges DLC Da kannst du freischalten Aber ich bin nur zu zweit Da gehen wir rein Ähm, da kannst du freischalten Ähm, Gamma 1 und Gamma 2 als spielbaren Charakter Und dazu noch Ich spiel nicht mit meinem Charakter Und dazu noch Gohan im Piccolo Outfit Mit den wunderschönen Brillen natürlich Also drei Charaktere gibt es derzeit Es wird ein Paket 1 und 2 geben Paket 1 ist halt, wie gesagt, jetzt da Du kannst zwar, glaube ich, nur beides zusammen kaufen Für 16 Euro auf Steam oder so Es ist ein bisschen viel Ich weiß nicht, ob ich das kaufen soll Schreibt es mal in die Kommentare Lohnt sich das? Und ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht mit dem armen Mitspieler hier Und wir hauen mal Gamma 1 so richtig aufs Maul Also es ist immer geil, wie gesagt Wenn es, ähm, free to play sowas gibt Oh, wir haben sehr viele hier Sehr viele Charakter Oh, da ist er Gamma, Leute Da ist Gamma Habt ihr ihn gesehen? Ich hoffe, ja Mal kurz gucken Ähm, Ladung hier Kurz Key laden, 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 Key laden In den Super Saiyan Blue gehen Und der jetzt wird angegriffen hier Zack Schön von hinten rein Eine Genki-Dama hinterher Könnte ein bisschen, könnte ein bisschen verwirrend hier sein Von den ganzen Gegnern hier Äh, Verbündeten Es ist ein bisschen viel los am Bild Zack, Genki-Dama getroffen, perfekt Aber alter, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, denn zu besiegen Wir haben nur fünf Minuten Und wir haben erst einen mini, 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 mini Bruchteil Von ihm besiegen Zack, an-teleportierten Kammer-Hans-Gesicht Nächste Kammer-H Immer schön Aufladen Im Blutsack Hin-teleportiert Getroffen Aber alter, wie soll man den denn besiegen? Muss man den komplett besiegen? Also ich kann es mir gerade irgendwie nicht vorstellen, dass wir den besiegen können Ah Gott Der hat noch so viel Leben Äh, wo ist er? Da Der hat noch so viel Leben Aua 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 Was ein Gewusel hier Ich gehe wieder rein So treffe ich wenigstens Zack Aber was ein Gewusel Kieladen, Kieladen, Kieladen Äh, das schaffen wir nie Übrige Gesundheit Also ich glaube, man muss ihn einfach Ähm, sehr oft besiegen Insgesamt, ne Also ich denke, man muss hier Drei Milliarden Mal gegen ihn kämpfen Bis die Energie dauert Das ist ja ein Raid-Boss Ähm Und man kann nebenbei halt Items farmen Alter, ist der schnell Alter Alter, der ist so schnell am Ausweichen Ich habe Wischchen gekauft Alter, ist mich fach Ja, gut getroffen Ich habe Wischchen gekauft Man muss so hart draufhauen Der hat so viel Lebenspunkte Er hat noch Ich kann es euch kurz zeigen 885.000 Leben Äh Das ist schon Das ist eine Ansage, Leute Kann man auslassen Seht ihr schon über die Attacken Urknallkammer Zack Hintereportiert Weil wir im Blue sehen Und wieder ordentlich Damage rein drücken In der Genki-Dama hier Ich liebe die Genki-Dama, wenn sie trifft Zack Und Oh, getroffen Genki-Dama Und Zack Zack, getroffen Yeah, geiler Damage Ja, ich glaube, wir machen guten Damage Ich glaube, wir machen guten Damage Und Zack Ich denke, wir machen echt guten Damage Damage Denk ich, wie gesagt Man kann es ja nie so genau sagen Wie viel Schaden man jetzt wirklich macht Ob man jetzt irgendwie gut Damage macht hier Oder eher so Bisschen reinscheißt hier Ah, das ist echt schnell Ich weiß gar nicht, ob das schwarze Kammer-MH auch zielsuchend ist Oh, abgetroffen Sah geil aus Seid mir ehrlich Das schwarze Kammer-MH ist einfach so geil Wenn keiner will auf das Spiel ist, also schreie ich gerade was rum Ja, ich habe schon getroffen Genki-Dama hinterher Bin echt gespannt, wie viel Schaden wir gemacht haben Ah, ich bin aus dem Plu geflogen Scheiße Egal, YOLO 13 Sekunden, oder? Zack, Genki-Dama drauf wieder Bisschen angreifen Alter, so viele Spieler gleichzeitig hier am Bildschirm Ist immer so eine Hardcore-Sache Okay, Gamma 1 Na, haut ab Finisher Okay, okay Wie gut waren wir? Ich weiß nicht, wie gut wir waren Äh, Zweiter Zweiter Mitwirkung Oh, guck mal, wie schade ich gemacht habe Im Vergleich zu den dreien unter mir Na toll Nicht schlecht Nicht schlecht Zweiter Questplatz-Teilnehmer Äh, 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 äh Leute, äh Anpassungsfreischaltung 8 Okay Wir haben ein Objekt erhalten Und ein Bild Kannst du den anderen nicht nutzen, wenn du das DLC nicht hast Ah, okay Anpassungsfreischaltung Ach Und den Raid Boss kannst du sehr, sehr oft machen Bis eben Sein Leben komplett auf Null ist Ich zeig's noch, was ich meine Ich könnte noch gleich nochmal besiegen Vielleicht kriegen wir da besser hin Ja, genau Ihr seht ja unten die Lebenspunkte Er ist halt ein Raid Boss Aber war das ist nicht irgendwas mit dem Da unten Wie fährt man damit nochmal? Ich weiß auch nicht mehr Wie fahre ich den wieder ein? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz Ich glaube, das müsste Ich dachte, ich sei es nicht hier Also, anderes Ich suche gerade ganze Kleidung Nee Ist doch was anderes Will, Schenk, Zubüfte Ah, wenn ich das noch wüsste Wenn man die Kleidung Ah, da ist doch Ah, wenn ich auch noch wüsste Man kann mit dem Münzen Wenn wir was freischalten Z-Kämpferanzug Ah, ich kann es euch gerade echt nicht sagen Was man damit freischalten Ich kann es auch mal in die Kommentare schreiben Ich weiß auch immer Dass man mit den Dingen was machen kann Ah, ich komme gerade nicht drauf Ich komme gerade nicht drauf Ah Warum hat der ausprobiert sein? Nee Aber auf jeden Fall Haben wir da was freigeschalten Ihr könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben Weil ich es gerade nicht weiß Was genau man damit freischaltet Ich glaube, irgendwie gab es da Wenn ich nicht verhört habe So Paar-Outfit oder so Also, man soll es schon Möglichst oft machen Um eben diese Medaillen zu sammeln Und deswegen gehen wir auf jeden Fall Jetzt nochmal rein hier in den Bums Und hauen ihn nochmal richtig schön aufs Maul Ähm Aber ja Also, ich habe Bock drauf Sowas zu fahren Man ist doch immer geil Genauso wie in Dragon Ball Legends Da hat man noch Oh, Moment Ich zeige mal kurz was Man kann nämlich verschiedene Sachen hier erbeuten Genau hier Anpassungsfreistellung Ein Maskottchen Und Bilder Ein Bild haben wir jetzt schon Ähm Mal gucken, ob wir noch ein Bild kriegen Kein Raum gefunden Ah, scheiße Jetzt finde ich hier kein Spiel hier Muss ich jetzt einen eigenen Raum erstellen Raumerstellung Benötige Mitglieder 5 Nein Ich erstelle mal einen Raum Und gucke mal, ob er reinkommt Würde ich sagen Wenn bei den anderen schon keiner reinkommt Ich bin jetzt der Host Ich warte mal kurz hier Und dann gehen wir rein Hoffentlich nochmal in den Gamma Cup Leute, ich finde leider keinen Raum Und keine Mitspieler gerade Um diese Uhrzeit Es ist 7 Uhr morgens Ähm, der Freitag Natürlich spielen da weniger Leute Ich werde es auf jeden Fall Im Wochenende nochmal versuchen Und so weiter Ähm, aber ja Wichtigste Frage ist A Soll ich das DLC kaufen? Ist das interessant Dass wir mit den Gammas spielen Und mit Gohan Was sagt ihr dazu? Mein Gohan verlockt mich schon sehr Natürlich, ne Schreibt es mir in die Kommentare Sollen wir uns das DLC kaufen? Lasst einen Daumen nach oben da Wenn es euch gefallen hat A.k.a. Ihr das DLC haben wollt Und ich bin einfach mal gespannt Was dann auch so abgehen wird Das DLC Das nächste Muss dann ja krass werden Vielleicht bekommen wir Gohan Beast Vielleicht bekommen wir Piccolo In der gelben Version Vielleicht kommen die neue Paaren Ey, ich hätte so Bock drauf Leute Und wie gesagt Schreibt mir gerne in die Kommentare Wie ich diese Münze nun einlöse Die ich bekommen habe Und vergesst nicht Rein zu gehen Es ist kostenlos Dieser Raid Boss Verklatscht ihn Er ist auf der Map Übrigens Moment Rechts unten zu finden Ihr seht wo ich stehe Also ja Ihr seht es unter meinen Füßen Rechts unten Stehe ich auf der Map Und da ist es in der Luft oben Also hier über dem Über der ganze Stadt Hier oben ist das Tor Da könnt ihr einfach reingehen Aber ja Leute Mal gucken was wir dann auch so machen Haut rein Bis zum nächsten Mal Viel Spaß mit den Videos Auf der Endcard Wie zum Beispiel die Playlist Die komplette von 10.2 Und ciao Auf der Endcard Untertitelung des ZDF, 2020